Die Bildqualität im Test Auf einen alten Bekannten treffen wir beim Bildsensor, denn der rückwärtig belichtete Exmo ECMOS-Chip der RX10 kommt auch bei der RX102 zum Einsatz. Dort verrichtet dieser eine sehr überzeugende Arbeit. Der 13,2 x 8,8 mm große Sensor erlaubt die ISO-Wahl von ISO 80 bis ISO 12800 in Drittelstufen. ISO 25600 lassen sich zudem über die Multiframe-Rauschreduzierung im reinen JPEG-Modus verwenden. Hier speichert die RX10 mehrere Bilder in kurzer Zeit hintereinander und verrechnet diese Aufnahmen zu einer einzigen. Dadurch lässt sich das Bildrauschen im Vergleich zu einer normalen Aufnahme verringern. Die Multiframe-Rauschreduzierung kann jedoch nicht nur bei ISO 25600 verwendet werden, sondern lässt sich bei allen ganzen ISO-Stufen bis minimal ISO 200 einsetzen. Natürlich unterstützt die Sony Cybershot RX10 auch die Aufnahme im RAW-Format, diese jedoch ausschließlich ohne Multiframe-Rauschreduzierung. Da uns der bei der Sony Cybershot RX10 verwendete Bildsensor bereits bekannt war, hatten wir natürlich hohe Erwartungen an die Bildqualität. Diese wurden vollständig erfüllt. Wie bereits die RX100 bzw. die RX100 II setzt die RX10 neue Maßstäbe in ihrer Kameraklasse. Die deutlich kleineren Bildsensoren mit Abmessungen von 1 zu 2,3 Zoll liegen bei jeder Sensorempfindlichkeit im Vergleich zur RX10 sichtbar zurück. Spätestens ab ISO 800 lässt sich dann behaupten, dass Welten zwischen allen anderen Bridge-Kameras, zum Beispiel der Panasonic Lumix FZ200 oder der Fujifilm Finepix HS50 EXR und der Sony Cybershot RX10 mit ihrem 1,0 Zoll Bildwandler liegen. Die Detailzeichnung der Aufnahmen der Sony Cybershot RX10 ist bis ISO 400 exzellent. Die Bildqualität bewegt sich hier auf dem Niveau einer Digitalkamera mit MFT bzw. APS-C Bildsensor. Bei ISO 800 macht sich dann ein leichtes Bildkriseln bemerkbar. Der Einfluss auf die Bildqualität ist noch aber nur gering. Bei ISO 1600 wirkt das Bild dann erstmals weichgezeichneter, die kamerainterne Bildverarbeitung greift schon etwas stärker zu. Dies trifft auch für ISO 3200 zu. Selbst hier ist die Detailwiedergabe aber noch als akzeptabel bis gut zu bewerten. Bei ISO 6400 bricht die Bildqualität ein, feine Details werden nicht mehr aufgelöst. Wer noch höhere Sensorempfindlichkeiten anwählt, muss sich auf stark weichgezeichnete Texturen einstellen. Bei weniger Licht ist das Ergebnis ähnlich. Bis ISO 400 müssen keine Abstriche gemacht werden, bei ISO 800 steigt das Bildrauch schon etwas an und bei ISO 1600 ist dieses dann schon deutlicher sichtbar. ISO 1600 sollten bei höheren Ansprüchen an die Detailwiedergabe nicht überschritten werden, aber selbst mit ISO 3200 aufgenommene Bilder sind durchaus noch zu gebrauchen. Insgesamt bewegt sich der Vorteil der Sony Cybershot RX10 in etwa bei zwei bis drei Blendenstufen gegenüber Bridge-Modellen mit 1 zu 2,3 Zoll Sensor. Auch gegenüber Systemkameras mit noch größeren Sensoren, wie zum Beispiel der Panasonic Lumix GX7, muss sich die Digitalkamera nicht verstecken. Bis ISO 800 gibt es nahezu keinen Unterschied, selbst bei ISO 1600 muss man schon genau hinsehen, um diesen erkennen zu können. Für eine Bridge-Kamera ist dieses Ergebnis phänomenal und bisher unerreicht. Einen interaktiven Vergleich der hier gezeigten Bildausschnitte finden Sie auf dkamera.de. In diesem Bildqualitätsvergleich haben Sie die Möglichkeit, die gezeigten Bildausschnitte interaktiv zu vergleichen. Hier können Sie die Vergleichskameras festlegen, sofern vorhandene Objektivwellen und die Bilder in verschiedenen Situationen vergleichen. Dazu zählen die Lichtverhältnisse Tag, Nacht oder Blitz, das Bildformat JPEG oder wenn vorhanden RAW, sowie die ISO-Empfindlichkeit. Neben verschiedenen Kameramodellen können Sie dabei auch ein bestimmtes Modell mit unterschiedlichen Einstellungen vergleichen. In diesem Beispiel zeigen wir die Ausschnitte einer Kamera bei ISO 800 und ISO 6400. Im zweiten Vergleich stellen wir die Aufnahmen bei Tag und Nacht gegenüber. Bis zum nächsten Mal.